Es ist Weihnachten, es ist erster Weihnachtsfeiertag, es ist Netzprediger Folge 50. Ich glaube, es ist der zweite Daily. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, tatsächlich. Ja, aber lass uns einfach weitermachen, es ist ja eine Live-Sendung. Egal, genau. Heute haben wir uns ein bisschen was Besonderes überlegt hier. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Folge 50, gleichzeitig die letzte Folge in diesem Jahr und die letzte Folge in dieser Besetzung. Es stimmt, können wir gleich noch mal kurz darauf eingehen. Was? Ja, es stimmt tatsächlich. Das Forum hat zwar immer noch ein bisschen diskutiert, wie dann... Es gibt verschiedene Theorien. Ich weiß selbst gar nicht, was jetzt überhaupt Sache ist. Wissen Sie, es gibt ja so viel Mist im Netz. Wenn man sich alleine YouTube anschaut, dann kann man wirklich nur die Hände vor dem Kopf schlagen. Aber das kostet ja wenigstens alles nichts. Aber das hier, was ich Ihnen jetzt vorstelle, das ist schon ein Knaller. Das ist nämlich nicht nur schlecht, die wollen auch noch Geld dafür haben. Ja, Massengeschmack-TV nennt sich das. Es gab ja auch eine ganze Menge neue Dienste. Snapchat ist groß geworden, Periscope ist riesig geworden. Ja. Sogar Holger hat mal Periscope genutzt. Und dafür ist es wirklich groß. 2015 gab es viele Dienste, die sich jetzt revolutionär einfach nur die Einfachheit zu eigen gemacht haben. Und so im Prinzip, ich meine Livestreams ist keine neue Technologie. Und das jetzt Ganze per App zu machen, das gibt es schon eigentlich seit Videotelefonie irgendwie 2000 noch was eingeführt wurde. Aber es ist so interessant, was da alles so hochkam und was auch alles sehr, sehr hoch bewertet wurde. Ja. 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 Ciao. Ciao,いhe probe. Ciao. 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 summon evange zwei 하나 wir Untertitelung des ZDF, 2020